Guten Morgen! Jetlag überlebt, worauf nicht. Vier Stunden lang geschlafen, die Ela hat noch weniger geschlafen. Später fahren wir noch das Auto ab. Und was machen wir eigentlich noch? An's Meer fahren. Wir werden sehen was wir machen. Sehe ich gut aus? Ja. Also wir haben das Auto abgeholt, wir zeigen es euch mal komplett. Impala. Impala. Ja. Schöne Auto. Und das besondere an dem Auto ist, das fällt einem zuerst nicht auf, aber es hat zwei Räder. Auf der Seite. Und nochmal zwei Räder. Auf der Seite. Ja. 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 Ne demonen. Ja. Ich bin dran.